Aber das haben wir schon mal schon mal gehabt vor kurzem, dass auf einmal die irgendwie mit, die waren auf einmal zu vierter. Wenn ich halt ziemlich schmutzel, macht er keinen Spaß. Das ist ein sehr großer Bullshit. Was ist das überhaupt für ein dummer Skull? Ja, die sind ja auch schwer zu belassen drauf. Sie können ja zu weit springen. Ja, wie kann der so springen? Der schaut ja den Kick schon wieder an, da gericht sich wieder Aggressionen, Alter. Nun waren wir wieder so richtige Schwitzer da. Ah, das ist doch schon eine Kante und kein Staub. Warum hab ich heute so nackten Schmerzen? Vom Schlafen. Ich glaub von der Arbeit gestern. Das hat tatsächlich schon lange noch mal geschafft, zum Glück. Nackten Schmerzen? Vom Schlafen. Ich hab das schon so schlafen. Stimmt, ich hab gleich bloß 5 Stunden gepennt. Ich wollte eigentlich nochmal pennen, aber ich glaube gar nicht. Ich hab 4,5 gepennt. Ja, natürlich. Natürlich. Ich hab keine Aufträge. Äh... Gehen wir nochmal... Ja... Ja, aber kann man auch. Warten wir schon lange, ne? Ja. Stell ich mir schlimmer vor, wie es ist, sag ich mir doch immer recht lang ist. Ich weiß auch nicht, warum ich da immer denke, dass es so knapp wäre. Ich bin jetzt hier aber auch ganz klar eigentlich mal montiert, markiert jetzt. Auch ganz cool war ich letztlich. Ich denke, Fracian, du hast jetzt fancy markiert. Ich weiß, ob das wohl mitkommt. Ich glaube, ich komme ziemlich kurz hier vorne gleich hin. Ja, ich komme nicht weiter runter. Ich werde hinten durchziehen, glaube ich. Was? Dann gehe ich vielleicht ganz links und schaue, dass ich wieder rüberziehe. Ich glaube, zwischen uns landet einer. Was? Als ob da keine Waffe ist, das hat auch... Ja, der landet einem einen Arschloch, so hört sich das an. Komplette Fernwaffe und komplette weit weg Waffe. Muss der Weg sein. Ja, ich bin schon angepumst. Bist du lost. Bist du lost. Gott. Das Fenster angeschossen, außen herum gelaufen und dann... Ist das bei dir? Ja, ich habe schon zwei. Also drei eigentlich. Danke dir. Danke dir. Scheiße. Schüsse. Wo? Richtung Wasser unten Ich glaube wahrscheinlich da am Dock unten Warte, ich ziehe mir noch kurz in der großen Zeit rein Ach, die fallen da oben Ich glaube da sind Bunker Boah, warte Null Oh, ein Schuss noch Na Ja Loll Na dann gehen wir halt da auch, oder? Digga, jetzt hab ich die Treff Ist echt nicht verkehrt mal immer wieder zweite Chancen zu geben Dem herz finde ich geil eigentlich, fand ich wirklich, hab ich der Boahner verstanden Ja, ich glaube ich hab's auch immer zu nah hergenommen, wenn dann, und dann war die Schussrate immer so für den Arsch, weil die dich so weggebumst haben Du hast einen Schuss gemacht und den zweiten vielleicht mitgetroffen und dann hast Glück, schau, wie soll da läuft einer Ja, ich hab versucht die Hinten zu treffen Hab's gesehen Ja Ist der schon so weit weg, oder was? Oder ist der hinterm Baum Ah, da Ja So zieh Oh, 100 Oh, 100 Boah Nice Tag Links oben sind noch paar Kokosnuss und Schwammer hier Ja, ich hab mir einen Biggie Ja, aber zieh dir doch die rein Biggie kann ich mitnehmen Ja, wenn du es mitnehmen willst, darfst du denn es sehen? Ich habe dennoch einen Spot frei, deswegen. Ist der Bunker zugesperrt oder? Ja, der geht ihm erst ab Mitte der... Ne, ne, ich mein zu zugesperrt, ne, der geht auf. Ja, der geht nach, also ab Mitte der Runde. Ja, es gibt ja auch welche, die komplett zugesperrt sind, die die Runde gar nicht aufgehen. Ach so. Ich weiß, ich war nicht. Du schießt doch schon wieder hinten, oder? Irgendwo. Was ist der? Was ist der Richter? Was hast du für eine Wache gehabt? Ich habe gleich bloß drei Schüsse von dir gehört. Links schießt du, wer los? Ah, die schießen nach uns! Und wo? Ich war nur auf dem Raum. DMR habe ich und ne MP. Und ne Punt. Ne, was du vorher hattest, also die ersten drei. Cool das. Ähm, taktische. Also range Schrot. Obacht geil. Ja. Ja. Ja, ich schaue ja gerade durch. Ah, da, unten drin. Hier gerade. Hier dahinten war gerade einer. Ah, jetzt habe ich kein Infrarot-Visier mehr. Da. Da ist er. Da ist er. Schwimm da drin. Da. Hä? Ja, hier. Ach, da da hinten. Digga, haben sich die gerade einmal weg teleportiert. Hä, die sind einmal weggeflogen gefühlt. Ja, die haben halt den Booster ausgemüßt, ja. Ja, die haben halt den Booster ausgemüßt, ja. Ah, den Booster. Ja. Irgendwohin. Da unten auf jeden Fall nicht. Schüsse. Warte, ich mache noch die Kiste hier schnell auf. Ah, ne Sniper. Geil, oder? Ah, da springt er rum. Ja. Da ist er gerade rumgesprungen. Wieder drin, oder wie? Ja, ich bin da dahinter, glaube ich. Schüsse. Ich glaube, ich würde wieder auf Brücke schauen. Ich will jetzt irgendwie nicht reinpushen. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Welche Brücke meinst du? Ah, da schießt gleich wieder beim Bunker hinten. Ja, da wo wir herkommen sind, wo wir nichts hin haben. Jetzt weiß ich nicht, wenn wir jetzt auf das andere Team, die gerade hinter uns wieder fighten gehen, dann kommen die wahrscheinlich auch früher oder später. Aber egal. Lass mal wieder hinten durchziehen. Ja. Da ist wieder auf den Sack da drin. Da. Ah, ich sehe die ums Arschlecken nicht. Dann muss man da ein bisschen näher. Das ist genau das, dass wir zwei unten sind als so ein Hügel. Okay. Hunderter. Der andere ist da hinter dem Baum. Mit meinen drei Schüssen zwei gedockt. Rechts schießt der. Okay, der ist tot. Bunker geht auf. Digga, als ob die schon auf dem Bunker warten. Ach, das fließt hier sogar. Hier ist noch eine blaue. Alter. Digga, die Tome haut er raus. Jetzt wird er noch mal stehen. Ab links. Ja, schon kann man ein bisschen zu weit weg. Aber ich ging schon. Von hinten. Ach, das bist gar nicht du mit den Granaten. Ne, doch doch. Aber ich wurde ja von hinten beschossen. Bei mir unten direkt. Alter, unter dem Baum. Ah, ich sehe den Baum nicht. Ach, da. War das der einzige? Ah, ist noch nicht down. Ist noch nicht down. Ah. Da, da. Digga, ich komme mal aufs Spreng. Digga, das ist direkt ein Mensch. Was war mit ihm denn? Lass Bunker. Ich glaube da kann man jetzt echt immer wieder rechen. Ja, Bunker ist da jetzt so easy auch gefangen drin irgendwie. Ja, das hat mit Flo vor zwei Tagen war das echt ass. Hier ist noch ein Apfel. Ah, ho, ho. Die haben wirklich die ganze Zeit immer gewartet. Aber du brauchst halt nicht rauslaufen, weil wenn es einmal hochläst dann... Ja, und die werden so eine scheiß Sollscharte oder so haben, dann haben sie halt auch gleich, gell? Ne Güte, ne Sniper. Digga, was habe ich jetzt weg? Da gehst noch eine lila, ne Sniper. Ah, geil. Aber ich, äh, ich bearbeite immer zuerst, habe ich jetzt geklärt. Ah, ja, ich glaube ich nehme tatsächlich auch keine Flügel mit dieses Mal. So, das macht ja gar keinen Sinn. Das macht schön, aber ich hab da weitergr inneren. Und jetzt wer noch bedeutet zuerst, ob ich noch kann, aber dann kann ich die Hunde basses Setzen prüge auf." Häusere. Nö, das waren, Contact Schatz. Neue Shotgun braucht unbedingt nicht mehr, das ist eigentlich das erste was man machen muss. Neues Ding drauf. Neues Wichier drauf? Ne, größeres Magazin, das nicht bloß die drei Schüsse ist. Ja, das ist das Wichtigste. Machst du Magazin bei der Shotgun, äh Wichier bei der Shotgun? Ne, bei der neuen jetzt nicht, also eigentlich grundsätzlich nicht. Nein, ich wusste die kommen. Lass raus, lass raus. Ja die kommen, die kommen, die kommen. Oh, die haben ja auch nen Hit gegeben. Lauf, 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 das ist hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hä, wieso, wieso ist die schon leer? Die snipen beide rein, cool. Ja, und ihr denkt jetzt, ich schau runter, oder was? Ich schau. Kommen, kommen. Nein, ich hab mich wieder angenommen. Ich wusste es, Digga. Ich glaub, das hören die jetzt. Ja, Alter. Nein, meine Waffe ist leer. Mann! Ah, er hat's nicht gecheckt, weil ich gleich rumgehüpft bin. War meine Shotgun schon leer? Ich hab's gesehen. Weil ich schon zweimal hochgeschossen habe. Ich dachte, die wär voll, aber ich hab ja schon zweimal hochgeschossen. Ah, der Waffenwechsel hat schon immer zu lang dauert. Das ist ass.